... aus Oberwenningen. Er hat drei Minuten, sehen wir, aber die Zeit ist eigentlich nicht so das Problem. Die Zeit ist eigentlich nicht so, aber die Zeit ist eigentlich nicht so, aber die Zeit ist eigentlich nicht so. Das ist Felix, kurz, sitzt genau unter dem Fuß, mein Lieber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, oh. Also, wer weiß, dass... Milan, noch eine gute Minute. Nicht hetzen. Okay, nicht verkuppeln. Jetzt, jetzt hängt er richtig drin. Also, jetzt gibt es kein Vor- und kein Zurück mehr. Er muss in der Fahrtrichtung stehen. Eigentlich scheint es nicht zu haben. Na klar. Der verkauft nebenbei noch Halsdecken. Ein großer Hand. Ich nicht. Wir nicht, aber eher hoffentlich. So, 20 Sekunden, Milan. 10 Sekunden. Einmal, einmal darf er noch, einmal darf er noch. Und, äh, ja, okay, also. Oh! Vielen Dank.